Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf dem Server Ease. Heute gehen wir in die Level 55 Plus PvP Kingdom Quest. Unterwegs bin ich mit meinem Tankkreuz Ritter. Eben ein reiner PvP Kingdom Quest-Char, wenn wir uns mal die Leute hier so anschauen. Okay, er hat eine nice Waffe, aber es ist Level 61. Sieht auf jeden Fall so aus, als wären einige Gegner da. Da sind insgesamt 10 Leute und Ei-Standbild kenne ich von Tewa, also falls es derselbe ist. Oh mein Gott, wow, sorry Leute, ich muss mich gerade mal ein bisschen, ja da scheint jemand, es auf mich abgesehen zu haben. Wo weiß ich gerade genau, also falls es der Ei-Standbild ist, es gibt nämlich auf Tewa einen, der so heißen ist, ein PvP Kingdom Quest-Char hat. Dort und ja, wäre lustig, wenn es der ist, weil den kenne ich dann in dem Fall glaube ich schon ziemlich lange gut. Ja, ich muss hier, äh, so, ich werde hier von allen Seiten attackiert irgendwie, so führe sie sich zumindest gerade an. Ich muss natürlich die Hammer-Kontrolle sichern, wenn es überhaupt möglich ist, was gerade richtig schwer ist. Weil wie ihr sehen könnt, ja, überall, oh mein Gott, ja, ja, vor allem, oh mein Gott, ich auch noch als Erster. Ja, ich denke, wir machen mal eine kleine Pause, nein, 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 wir machen keine Pause, wir gehen zu ihm. Ja, der wird angegriffen, ich dachte eben, er hätte richtig viel Gästens, aber er geht gerade down wegen den Mages, wo ist er denn? Nein, ich bin richtig weit weg, ich werde bestimmt noch auf dem Weg von ihm hier angegriffen. Na gut, werde ich nicht, aber trotzdem. Oh mein Gott, wenn der down geht. Ähm, oh mein Gott. Jägergifte sind richtig OP, Leute. Nein, 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 nein. Yeah. Weggesnackt. Nice. Oh mein Gott. Ey, wieso habe ich die Springtaste weggemacht? Ich wollte gerade vor Fun springen. Ah, das ist bestimmt der von Tera, weil der spielt da auch einen Krieger oder wobei, keine Ahnung. Ähm, nice auf jeden Fall, sieht das schon mal ziemlich gut aus. Äh, ja, wir müssen trotzdem aufpassen. Ich, die wir mal den Verteidigungs, die Verteidigungsverstärkung und alles andere. Äh, das Lichtschild aber nicht. Oh mein Gott. Ja, ich hatte kein Eis auf Lager, was so ein bisschen problematisch ist, in der Tat. Vielleicht kann ich noch einen Kill-Wax snacken. Ne, leider nicht. Tja, noch nicht tanky genug. Aber so wie es aussieht, wurde der, das war glaube ich der Jäger. Ähm, Ero, wahrscheinlich auch gleich wieder downgehen. Das sieht zumindest so aus, als würde keiner großartig teamen. Was die Kingdom Quest an sich natürlich schon mal sehr interessant macht. Das mit dem Team ist wirklich in der Tat ein schwieriges Thema, weil manchmal, wenn andere Leute ein Team, was man nicht verändern kann, sucht man sich dementsprechend natürlich auch Leute, mit denen man teamt. Aber wenn die anderen Leute, die anderen Teamer nicht da sind und nur das eigene Team sozusagen, dann ist es immer so ein bisschen blöd, weil man in der Situation das eigentliche Team ja nicht killen möchte. Von daher, zum Thema Team, joa, macht was ihr wollt Leute. Ich kann aber verstehen, wenn man sich drüber, oh mein Gott, nice. Wenn man sich drüber aufregt. Wow, 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 ich brauche ein Eis, Eis, Eis. Ähm, vor allem, ich dachte ich wurde eben von einem Jäger angegriffen, aber es war der Mage. Ähm, oh no, 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 das sieht nicht so nice aus. 2x4, 1x4 reicht schon. Mondlicht ist auch auf Cooldown, also Mondlicht ist auch richtig gut für die Verteidigungsstärkung. Ähm, ich will nicht unbedingt auf meine 8 Sekunden, wobei doch, 8 Sekunden ist eigentlich ziemlich nice. Länger als die Trin in mir Ultimate. Ähm, ja, der Stun würde mich aber umlegen. Gut, äh, ich habe kein Eis, dass er das, oh gut, er hat seinen Stun eben eingesetzt, das heißt, ich kann auf ihn gehen. Ähm, oh, der wurde auch noch nicht gelegt bisher, komischerweise. Oh, wer greift mich denn an, bestimmt ein Mage. Ja, das war ein Mage. Ähm, gut, da kämpfen gerade viele, ne, sind zu viele, kann ich, oh mein Gott, nein, 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 nein. Wobei, ihn würde ich schon gerne legen, aber ich denke, ich nehme meinen, ne, der hat bestimmt 4 Ready, kann ich leider nicht machen. Ähm, hm, Mondlicht muss Back sein. Ich hätte den Cooldown von Mondlicht, ich glaube, das kann man da nicht skinnen, oder? Keine Ahnung, muss ich nochmal schauen. Oh, nice, ich habe ein Eis. Also, das heißt, ich kann mich schon mal langsam in die Richtung begeben, glaube ich. Ähm, das heißt, wir sind jetzt vor Jägern und Kriegern mehr oder weniger sicher, aber vor Mages auch nicht so. Ähm, oh mein Gott. Nice, 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 so. Schon mal im Vorhinein, oh Gott, wo kommt das her? Oh, jetzt auch mal von der Seite, ernsthaft? Oh, der Hammer ist weg. Oh Gott, nein. Nein, 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 ich muss zur Kiste. Yes, nice. Jetzt bin ich relativ sicher. Oh Gott. Wow, ich habe mein Eis-Timing eben richtig verhauen, weil ich dachte, ich wollte halt den Stun auflösen, wenn jemand den Hammer bekommt, ist ja jemand, wie ihr doch da sehen könnt, alle sind alle für drei Sekunden gestunnt, aber irgendwie habe ich das gefällt, aber ist nichts großartig weiter passiert. Oh mein Gott. Das ist so eine heftige Schlacht hier gerade. Oh, ich sollte mal auf den Zwischenstand schauen. Zweiter. Nice, nice, nice. Ähm, dazu, ein neuer Account, das sieht man immer, wenn ein Spieler diesen Buff hat. 50% Erfahrung, finde ich ziemlich nice. Ja, wir müssen relativ... Oh, nein, 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 nein. Oh mein Gott, alles ist auf cooldown. Ich habe nur mein Eis schnell weg. Wow, das war richtig knapp. Oh, er möchte aber auch nicht so unbedingt in die Mitte. Wahrscheinlich denkt er, er wird von den... Wow, Gott. Weg von der Mitte, weg von der Mitte. Nein, 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 nein. Wo ist mein Jump? Oh mein Gott, oh mein Gott. Tja, hm, okay. Ich hoffe, vielleicht ist mein Licht-Dings dann wieder ab, das wäre richtig nice. Ansonsten jump ich hier gleich weg. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ja, ich muss wegjumpen. Haha, nice. Und noch ein Jump, no. Oh mein Gott. Von hier aus kann ich aber nicht sehen, wenn die Hammers spawnen. Das ist so ein bisschen blöd. Oh, nice. Ich habe... Yes. Gut, jetzt habe ich mindestens ein Eis schon mal sicher. Vielleicht sogar den Hammer. Oh mein Gott, es ist der Hammer. Ich kann mich am Mates rächen. Oh mein Gott, jetzt habe ich mein Dings gefällt. Das Timing. Ich hoffe, er hat keine vier Leute. Nice, 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 nice. Oh mein Gott. Na ja. Hm. Haha. Gut. Das war's mir wert. Ich wollte mich nur am Mates rächen. Und ich bin sogar immer noch Zweiter. Ich glaube, ich chill mal ein bisschen. Es sei denn, er wird starker deckiert. Oh, jetzt scheint es doch so ein paar Teams. Naja, nicht unbedingt, aber... Ähm... Okay. So, der Hammer hier wird... Der Hammer wird hier noch ordentlich gewechselt. Das heißt, die Squishy-Klassen, die Jäger und Mages gehen hier ordentlich down. Also wie gesagt, es gibt wirklich wenig Team. Die Frage ist, ob ich jetzt aus Just for Fun spiele. Das heißt, bei jeder Fight-Action hier mitmache. Oder nach Punkten spiele. Das heißt, ich bleibe halt dementsprechend lange liegen und sichere mir so den Zweiten. Aber auf Letzteres habe ich jetzt nicht so viel Lust. Da wäre mir der Platz fast ein bisschen... Ja, nicht egal, aber... Halt weniger wichtig als bei dieser Fight. Okay, jetzt ist der neue Spawn, jetzt stehen wir sowieso auf. Oh, das sieht nicht gut aus. Die sind alle schon in den Kisten. Jump, jump, jump. Nice. Ähm, sieht gut aus. Ähm, da haben wir zwei Kisten für uns. Oh mein Gott. Drei sogar, drei. Oh, aber die kommen langsam in die Richtung. So, gönnen wir uns die magische Waffenkiste. Yes. Vor allem, man kann das auch so ein bisschen teilen mit dem Stun. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand auf mich zurennt, wie der Mage oder so, kann ich dann den Hammer erst nehmen, sodass ich diese drei Sekunden noch gut ausnutzen kann, wie ich jetzt gleich machen werde. Haha, oh mein Gott. Nein, jetzt habe ich den Dingswechsel verhauen. Oh Gott, ich brauche auch mein Mondlicht. So, wenn ihr Mondlicht eingese... Okay, ich nehme zur Sicherheit doch noch das Lichtschild. Ich habe es auch gebraucht. Ähm, ja. Zu viel CC. Sieht nicht so gut aus. Aber naja. Oh mein Gott, vielleicht kann... Nein, das schaffe ich nicht. Aber ich glaube, wer auch immer den bekommt. Wow, der muss ja schnell sammeln. Oh, er legt erstmal alle. Aber er geht auch sofort down. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Oh yes. Noch ein Hit, bitte. Nein. Was? Ich hätte da eben hinjumpen können, Mann. Und den nochmal wegsnacken. Aber hoffentlich geht er... Nein, nein, nein. Keine gute Idee geht nicht zu mir, meine ich. Nicest Deutsch mal wieder. Oh, ich habe eine ganz schlechte Position. Ja. Naja, gut. Aber wie gesagt, wir machen hier keine Rum-Leak-Show oder so, sondern eine halb gewinnorientierte PvP gegen den Quest. Oh, er hat ziemlich viel HP hat. Wahrscheinlich diesen 50er-Dings. Oh mein Gott. Schon wieder so schlecht gespawnt. Oh, ja, natürlich. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Ja, natürlich. Hier, hier, hier. Das sieht nicht gut aus. Ja. Ich wette, wir sind inzwischen fünfter oder so. Oh genau. Richtig geraten. Gut, neuer Spawn, neues Glück. Hier haben wir mindestens ein Eis, wenn nicht sogar den Hammer. Das ist ein Eis. So, die fighten hier ordentlich. Das heißt, oh, es stampelt. Standbild. Hat er ihn? Hat er ihn? Hat er ihn? Nein. Da ist noch einer, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei der... Ich glaube nicht, dass... Bei denen, die ganz weit hinten stehen, ist das immer recht unwahrscheinlich. Das ist mir mal aufgefallen, oder? Ja, wusste ich es doch. Gut, dafür habe ich hier so einen Eissicherheitsplatz. Das ist ja auch nicht schlecht. So ein Eis kann man hier richtig gut gebrauchen. Ihr seht, wie schnell man als Kreuzlider hier down geht. Ich muss auch endlich mal 65 machen, damit ich meine Tankstuts habe. Oh, das sieht mir schon irgendwie nach der richtigen aus. Und? Na gut. Dafür habe ich ihn noch ein bisschen gestunt. Ja, natürlich. Ich konnte meinen Stand... Stand. Ich konnte meinen Stand eben nicht auflösen. Wegjumpen. Ja, die kümmern sich irgendwie gerade alle um mich, was mich nicht so freut. Die sollten sich lieber um den mit dem Hammer kümmern. Okay, ich konnte mich aus der Situation zwar retten. Ja, genau. Ähm... Gut. Wo ist Eisstand ein bisschen? Ah, da hinten. Gut. Dann gehen wir auch mal hin. Das sieht aus, als wäre er schon ordentlich unter... Wirklich? Oh mein Gott. Zum Glück habe ich meinen Lichtschild. Das rettet mich. Ja, greift euch mal gegenseitig an. Natürlich nicht. Oh, nice, 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 nice. Ah. Nein. Oh Gott. Oh, nice. Er wurde gestunt. Jetzt mache ich noch meinen Mainstern drauf. Schauen wir mal, Leute. Hä? Oh, er hatte noch einen Dings. Okay. Er hatte mal irgendwie zwei Eis oder so. Gut. Und ich habe auch ein Eis, was schon mal eine sehr gute Voraussetzung ist. Wir müssen zu Eisstand bis springen, springen, springen. Oh mein Gott. So. Ähm. Nice, er wird down gehen wahrscheinlich. Ähm. Vielleicht kann ich mir mit meinem Stun auch helfen. Mal schauen. Oh, zu lame von... Der hat ihn aber ganz schön lang gebraucht, äh... Hat ganz schön lang gebraucht, um ihn auch zu sammeln. Ich frage ihn einfach mal, ob es der von Tee war, ist nach der Runde. Ähm. Oh mein Gott. Hm. Gut. Neuer Spawn. Ähm. Tja, ich brauche wirklich, äh, mehr Tanki Equipment. Wie ihr sehen könnt, jeder Jäger mit einer Plus Null oder so setzt mir hier schon ordentlich zu. Das heißt, ich muss einfach 61 machen und dann eben dementsprechend... Oh, nice. Jetzt noch den Stuntime. Sehr gut. So. Oh, den möchte ich mir auch schnappen, Mann. Schade, mein Mondlicht ist auf Cooldown. Oh mein Gott, das Ding ist auch auf Cooldown. Mein Lichtschild. Ähm. Oh, nice. Mein Lichtschild ist back. Oh, Eis. Super. So. Okay, nice. Ha, 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 ha. Oh, der Play. Nice. Ha, ha, ha. Die Sache. Oh, immer noch 5. Ja, gut. Vielleicht, oh, die sind alle so beschäftigt. Vielleicht sehen die nicht, wenn die auf... Wenn ich auf sie... Oh, doch irgendwie schon. Ah, nee, 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 nee. Ähm. Ja, ihn alleine. Er wäre jetzt nicht das Problem. Ah, er hat keinen Backup. Nice. Tja, da hast du hier wohl ein bisschen viel zugenommen. Wenn er mich jetzt stunt, habe ich auch den hier gleich wieder. Aber, ja, da waren dann noch... Zu viele Leute, greift euch bitte gegenseitig an. Dann kann ich auch mit dem Hammer etwas... Oh, nice, Mondlicht ist ab. Ähm, das knallen wir dann auch mal gleich rein. Ähm, und... Ja, nice, 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 nice. Ähm, hm. Ähm, ja, der Stun, nee, 2 Jäger halte ich nicht aus. Oder? Oh, doch, ich hätte es geschafft. Nee, 2 Stunts sind zu viel, leider. Leider, leider, leider. Ärgerlich. Aber, naja, gut. Wie gesagt, wir wollten hier keine Rum-Leak-Show machen. Ansonsten wäre es nicht so schwer, hier zu gewinnen. Äh, wenn man dementsprechend super defensiv spielt. Aber ich denke nicht, dass das so unglaublich spannend für euch ist, Leute. Ähm. Nein, das ist schon mal nicht so gut. Ähm. Oh, natürlich. Ich wurde hier voll abgeblockt durch die ganzen Leute. Ansonsten hätte ich da... Oh, er macht dieselbe Technik wie ich mit dem Stun. Oder vielleicht... Vielleicht auch... Ja, natürlich. Oh mein Gott. Ich hoffe, sie legen ihn. Und ich hoffe, ich kann den Hammer dann aufsammeln. Ähm. Oh, das war ja. Ähm. Ja, nice, nice, nice. So sieht es aus, wenn man gestunt wird. Sammeln, sammeln, sammeln. Wer hat ihn? Oh, okay, das 100% der von Tee war, Mann. Ah, ich stand wird. Ähm. Gut, zum Glück wird er aber angegriffen. Es ist nur noch eine Minute. Ich schaffe hier nicht mehr so viel, was meinen Rang angeht. Und... Ja, nice, danke. Sehr nett von dir. So. Ähm. Ähm. Okay, ich habe wenig von meinen defensiven Skills ab, was so ein bisschen kompliziert ist. Aber ihn hole ich mir ja. Ja, das ist die Revenge von eben, 100% pro. Nice. Ich habe es noch geschafft, bevor er... Hä? Gut. Ähm. Oh. 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 Oh, das Eisding ist ein Cooldown. Ähm. Oh mein Gott. Oh, ich habe Lichtschild. Nice. So. Nur ein Stun kann uns jetzt fertig machen. Den hat... Oh ja, die 4. Ja, das ist ein bisschen unlucky. Hat er die verlängert? Ähm. Ich glaube nicht. Ähm. Wegjumpen. Oh mein Gott. So ein Failjump. So ein Failjump. So ein Failjump. Ähm. Ähm. Nein. Warum rettet er ihn? Oh mein Gott. Tja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Kingdom Quest. Mir hat sie auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm. Ähm. Wie gesagt, mit einem 65er Set sollte das auch noch ein bisschen mehr tanky sein. Naja. Wie gesagt, ich... Äh. Sorry. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wie immer. Viel Spaß beim Zocken. Macht's gut, Leute. Und bis bald. Und bis bald. Mhm. Wie.